Also ich habe die Bank gebaut und da gibt es hier draußen auch schon Geldautomaten. Er kommt auf den Knopf und bekommt dann nur eine Zollerscheibe. Dann kann man auf Eingehen. Da sind hier verschiedene Schalter. Dann gibt es hier noch ein Automat für Kontoauszüge auf beiden Seiten. Wenn man hochgeht, ist hier oben das Büro des Chefs mit einem Tresor. Ich habe hier in meiner Food4City Burgerladen gebaut. Hier kann man reingehen. Hier gibt es drei Kassen. Zwei sind bereit und eine ist defekt. Dann gibt es hier ein paar Burger, Kommes und Getränke. Hier kann man halt alles braten und so. Hier habe ich noch einen kleinen Lagerraum, wo halt alle Burger und Getränke und Kommes drin sind. Dann gibt es hier noch einen Essensraum mit Panoramaausblick ein bisschen so. Ich habe hier ein Krankenhaus gebaut. Wenn man hier rein, ist hier unten, sind an jedem die Krankenakte, wo es auch noch nicht drin hat. Dann ist hier draußen das Auto. Und hier oben ist der Raum, wo die Krankenhäuser auf dem Bett liegen. Also hier unten haben wir einen großen Parkplatz für den Flughafen. Unterirdisch, wo die Autos dann halt fahren können, wenn man zum Flughafen fährt. Hier geht jetzt mit dem Flughafen weiter. Hauptgebäude, hier ist der Eingang. Und hier ist dann der Eingang. Hier muss man dann sein Ticket und alles zeigen. Hier sind ein paar Warteplätze, wenn man auf so einen Flugzeug wartet. Hier ist dann noch ein kleiner Laden im Flugzeug, wenn man ein bisschen Hunger hat. Das ist auch beim Food von Ciki. Und hier gibt es auch drei Kassen. Die dritte Kasse ist mit Brot. Die zweite Kasse ist mit Burger und Steak. Und die erste mit Hochgemüse und Reis. Und hier gibt es noch, hier kann man Pferde im Flughafen reiten, wenn man lange Weile hat. Und jetzt gehen wir zu den Flugzeugen. Hier geht es durch die Tunnel im Flugzeugerhalt. Zum Beispiel hier so ein etwas kleinerer Jet. Das ist ein kleiner Privatjet. Hier ist dann die kleine Pilotsitzen. Ich habe sie noch immer noch nicht eingerichtet. Hinten sitzen dann die Stewardess drin. Mit Getränken und Gepäck. Hier ist ein etwas lieberer Flugzeug. Es ist von einer anderen Marke. Hier kann man reingehen. Hier sind ein paar mehr Sitzplätze als bei dem Privatjet, weil das ja auch ein bisschen größer ist. Hier hinten sind die Toiletten für Männer und Frauen. Hier ist die Toilette für die Männer. Die Stehklos und eine Toilette. Also Sitztoilette. Und hier sind die Toiletten für die Frauen. Mit zwei Toiletten. Hier ist die Toilette. Wenn ich zum Überlegend betracht in die Wurk非常的 1,5G. Das ist der Gelegenheit. Das ist ein paar Würmer. Was wird das? Hier sind dann zwei Hubschrauber, die sehen nicht so gut aus, auch zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, aber selten Hubschrauber. Ja, dann habe ich hier noch einen Fallschirmsteller-Hubschrauber gebaut. Man kann dann jeder Seite reingehen. Was ich jetzt mal? Dann habe ich hier noch einen kleinen Flugzeug gebaut, für eine Person. Dann habe ich hier noch einen kleinen Flugzeug gebaut, also mit Tessna werden, hat mich ganz so... ...hat mich ganz so nicht verliert. Dann habe ich hier einen großen Flugzeugzeug gebaut. Ähm... Wackere Witzplätze, die zusammen mit das Gepäck rein. Dann habe ich hier wieder Käppchen. Ein paar Störungssachen reingebaut, die in die Käppchen drin sind. Jetzt habe ich mal den Antrieb aktiviert. Ähm... Ich kann dann kurz das Licht ausmachen. Dann drehen alle Lampen auf. So finden... Ähm... So... So... Dann habe ich auch noch kleinen Tankwagen gebaut. Und... ...ein Kampfjet aus Spaß. So... Ich bin zwar nicht sehr viel auf dem Zivilflughaus. Aber... Erstmal hat er... ...drei Kanonen nach vorne weg. Vier nach hinten. Und ein Bombenschach nach unten. Das ist ein Zwei-Mann-Flugzeug. Da sitzt ja... Vier nach vorne genug. Und dann... Kann auch mit jemand rein. Ähm... Jetzt ziehe ich mich mit den Kanonen. Warte mal, machen wir uns den Antrieb mal kurz an. Wenn wir das von hinten fliehen. Ja... Dann ist da noch... Das... Das... Große... Nochmal. Das nachsteht. Und dann... Haben wir auch noch... In die Luftlage... Kleine gebaut. Das tut mir nicht nicht so gut. Ja... Das machen wir. Ich habe hier drüben einen Fußballplatz gebaut. Und daneben... Hier ist der Fußballplatz. Hier ist der Fußballplatz. Mit zwei Toren. Und... Mittellinie heißt... Die ist für Fußballer drin. Und hier... Bei der Kiste... Da sind... Halt... Die Trikots von der Einmannschaft drin. Und... Da drüben sind auch nochmal Trikots drin. Und hier sind halt Fußballer drin. Hier ist der Basketballplatz. Hier mit Korb. Und... Die Welle für Hänger. Ja... Und hier ist halt dann der Weg zu der Knochen. Die Knochen. Die Knochen. So... Also... Ähm... Hier ist das Arsenal. Früher war das ein weißer Klotz mit einem A drauf. Mehr nicht. Dann wurde das jetzt hier umgebaut. Jetzt sind da Fenster drin und so. Und... Hier sind... Sehr viele Läden. Zum Beispiel die Food for the City Eisdiele. Oder... Food for the City Dönerbude. Dann gibt's hier... H und M. Ähm... Den Wecker und... Ich hab noch irgendwas, aber das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Dann gibt's hier eine Wasserrolltreppe. Ne... Die geht's hier... Die geht's entweder hoch oder runter. Ja... Also... Dann... Also die Rolltreppe führt bis nach ganz oben. Das kann ich ja jetzt mal zeigen. Ja... Hier gibt's dann halt auch noch Sitzplätze. Und einen kleinen Filch, wo man sich unterhalten kann. Und was... Und was trinken kann. Hier ist ein... Ähm... Haus, sag ich jetzt mal, von dem ich nicht weiß, was das ist. Was das... keinen Sinn hat. Und... Hier ist halt die Rolltreppe, die wir... Die wir auch schon vorher unten gesehen haben. Hier ist dann noch nicht drin, also... Ist jetzt nur die untere Etage gebaut. Oh doch, hier ist was. Ähm... Ja, da weiß ich jetzt auch nicht was. Fürs. Mh... Ja... Achso... Ähm... Ja... Mir wurde gerade gesagt, dass das hier eigentlich geschlagen ist. Jetzt zeige ich das nochmal von außen. Also... Hier sind halt blaue Streifen... Und hier sind Fenster. Hier ist noch ein... Hier sieht man... In die Lehne reinschauen. Okay, ich jetzt... Ein blauer Streifen. Und... Ja... Das war's dann eigentlich auch schon. Also... Also das ist das große Food for the City Einkaufszentrum. Hier. Hier gibt's halt verschiedene Etagen. Hier zum Beispiel, ähm... Brot und vieles mehr. Die nächste Etage ist mit Fleisch. Und die übernächste mit Obst und Gemüse. Ähm... Hier oben ist ein großer Essensraum. Hier hat man einen Panoramaausblick. Und hier sind viele Plätze, damit sehr viele essen können. Hier oben hat man noch einen Essensraum, ähm... wo man... viel Luft... frische Luft kriegt. Und... Unten habe ich noch einen Parkplatz gebaut. Wenn manche mit dem Auto kommen. So... Ich hab hier das Rad ausgebaut. Also... Ist nicht wirklich im Zentrum, eher so am Rand der Stadt, aber... Egal. Egal. Und... Außen... hab ich hier halt mit... einem Glas gebaut. Und überall diese... bei Kauf mit den... grünen Blättern drauf. Ist hier nichts Besonderes. Und... Das ist halt... Das Rad aus. Das muss groß sein. Möglichen Sinn hat es nicht. Bis auf das da ist. Ähm... Da hab ich hier... eingerichtet einen Tisch. Wo man jetzt besprechen kann und alles. Hier eine Theke, wo auch ein Kuchen draufsteht. Hier ist noch ziemlich leer. Hier könnte man noch... ähm... mehrere Tische hinstellen. Hier ist ein Teich, in dem man ähm... sich halt... also... in dem man halt... machen kann. Hier sind Kaffee. Ohne Kaffeepulver drin. Es hier soll eine Kaffeemaschine sein. Der Mini-Kühlschrank. Und... wenn man hier halt... auf... seinen Termin wartet, kann man hier... in das Wartezimmer oder den Wartebereich... hier einfach hinsetzen... und Teilchen lesen oder so. Dann hab ich hier eine... Rippe gebaut, die... in zwei Seiten drauf geht und... dann... bisschen einer zusammenfließt. Denn hier oben... soll ein... Blätter-Hexen-Tribbel... kann Hexen sein, wo man halt... sein Blätter texten kann... und hier noch eine Arbeitsfläche... höhere Bilder... ähm... hier noch Bücheregale... und hier ist ein Querbalken... hier rein... die Bibliothek... mit einem Schalter, der nicht wirklich... entdeckt ist aber... führt halt hier auf den Dachboden... wo da nichts gebaut ist... noch nicht wirklich... und... in dem anderen Raum ist ein Büro... wie man hier sieht... mit zwei Schreibtischen... und Akten... zwei Computern... hier so eine... Art Rennmauer... wo hier auch... ähm... Regale... verbaut sind... und... noch ein weiteres Bücherregal... noch eine Kaffeemaschine... auch... mit der Kaffeeturbe... und... Watschbecken... Arbeitsfläche... und... 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 ja... das war das Radhaus... hier habe ich ein China-Restaurant... gebaut... so halt... wie so ein chinesisches Teerhaus... wie die halt in China stehen... aber... es ist noch nicht sehr viel drin... erst... die Treppe... die hochführt... und dann halt... noch die Leiter... bis hoch... auf die... auf die kleine Dachterrasse... wo man halt... einen... schön ausblickt... ähm... auf das Radhaus... und gut vorliegt... die... Ladung... aber... die Inneneinrichtung... halt... Küche... und sowas... hier haben wir die Polizei... Hier geht es dann so geradeaus, geht es raus zu den Polizeiwagen, ein kleiner, etwas schneller und ein großer für mehr Trapportmöglichkeiten, dann hier ein kleiner Tisch, um jetzt zu reden oder so, dann geht es hier hoch, hier hat es dann halt so eine Art Lagerzelle, hier für das wichtige Zeug, die ganzen Akten von Leuten und von Schwerverbrechern, die Akten, gehen wir runter, dann geht es hier in den Keller, der dient als Lager, hier sind Höfen und jede mögliche Art von Waffen, halt alles, was man mal so brauchen kann, um den Gegner richtig wegzuputzen. Ja, und halt noch Waffenscheine, die man natürlich braucht, wenn man so ein Ding in der Hand hat. Boah. Also hier ist mein Hochhaus, mit bunten Fenstern. Ich kann halt nicht so einfühlen, sag ich jetzt mal. Es hat jetzt nicht wirklich eine Inneneinrichtung, außer hier die paar Kosten. Und dann... Ich kann ja jetzt mal hochfliegen, wenn ich mal einen Zugschachf sind würde. Ja, ich kann auch nicht fliegen. Also hier sind halt die Kisten. Hier in den Etagen bis jetzt noch nichts. So, hier ist ein Wecken, darf ich jetzt mal? Hier ist wieder nichts. Nein, nein, hier. Und hier auf dem Dach habe ich sehr viel Leuchtfeuer. Und ein Pool mit, ähm, mit Sprungbrett. So, und die Leuchtfeuer habe ich hier hingebaut, weil ich fand, das sieht toll aus. Und, ähm, irgendwo hier war ein Flugzeug. Jetzt weiß ich nicht mal, wo das war. Ähm, damit das sieht, dass, ähm, hier halt ein Gebäude ist und es nicht dort gegenfliegen soll. So, vielleicht sie kommt das Flugzeug jetzt. Ähm, nein, sie ist doch nicht. Ja, hier ist das Flugzeug. Davon wurde auch vorhin gesprochen, ähm, als man beim Flughafen war, als hier Flugzeuge in die Luft gesetzt wurden. Und hier ist dann halt eins davon. Hier habe ich einen großen Fernsehturm gebaut. Ähm, eine Stadt braucht nämlich einen Fernsehturm, weil, ähm, die jetzt Fernseh gucken wollen. Er ist groß. Er ist das zweitgrosse Gebäude in dieser Welt. Der größte ist die Bank. Hier ist der Fernsehturm, der Bauallong und Schwanzor at Food for City. Hier geht's halt, ähm, auf, hier gibt's ein Aufzug. wo man halt hoch kann, in dieser Kuppel. Hier ist noch ein Vorraum, wo man aus den Türen in der Kuppel kommt. Und hier kann man halt raus gucken aus den Fenstern. Und man hat halt hier einen schönen Ausblick. Und ja. Hier habe ich meine große Villa gebaut. Hier vorne mit Strand und Hecke und sowas alles. Hier auch gleich mit Straßenanbindung und Garage für das Auto, was aber noch nicht gebaut wurde. So, in einer Richtung habe ich jetzt auch noch nicht wirklich viel. Hier ist dann halt ein Pool. Also nee, Pool nicht, sondern eher Brunnen. Und hier drin habe ich halt auch noch einen Brunnen. Und halt hier so offen, dass man rein und raus gehen kann. Und hier hinten habe ich jetzt noch so einen zugesucherten Garten. Mit Bäumen und halt viel hohem Gras und ein paar Wegen. Und dann habe ich jetzt noch so einbezogen. Und zur Markierung der Garten habe ich an alle vier Enden ungefähr ein Neustreuer gesetzt. Und dann habe ich am vorderen Teil meines Hauses, außen, habe ich das noch so eingebaut, dass wenn es nachts ist, dass die Lampen hier unterm Glas angehen. So, das kann ich jetzt mal zeigen. Dann gehen hier halt die ganzen Lampen an. Die hier halt überall verkrözentig hier draußen. Ja, und wenn es dann wieder Tag ist, dann gehen die halt wieder aus. So, ähm, sieht man hier oben halt noch den oberen Teil des Bruns. Und hier noch das Dach. Und dann wird halt halt dann noch schön viel eingenötigt. Was auch richtig da sein wird, denke ich mal. Ich habe hier ein kleines Strandhaus gebaut. Ähm, es ist nicht sehr besonders. Hier ist ein kleiner Brun. Hier kann man rauf gehen. Hier steht das Strandhaus. Hier ist ein Salon. Hier soll es eigentlich ein Hund sein. Und hier ist der Hund. Hier in der Innereinrichtung habe ich einen kleinen Tisch. Hier habe ich noch einen Arbeitsplatz. Ein paar Betten. Und noch eine kleine improvisierte Küche. Also ich habe hier die Feuerwehr gebaut. Hier gehen gerade die Tobe auf. Und hier sind die Feuerwehrautos. Dann, wenn die Feuerwehrmänner gerade keinen Einsatz haben, ist hier so eine kleine Küche. Und wir können sie ein bisschen schwimmen. Und wir kriegen hier auch Schlafmöglichkeiten verboten, wenn sie es wollen. Und hier noch der Lagerraum, wo die ganzen Material, ähm, die ganzen Sachen der Feuerwehr gelagert werden. Und hier sind die Anzüge und sonstiges. Und hier eine Rutsche, falls ein Einsatz ist. Das geht schnell in ihrer Einsatzbank und das Feuer löschen kann. Also hier habe ich meine Villa gebaut. Aus, ähm, so einem dunklen Holz. Mit einer Treppe. Ähm, dann habe ich hier mitten im Raum eine Treppe, die aufs Dach geht. Zwei Wasserfälle, Pribilder und ein Kamin. Und mein Hund. Und dann guckt man halt aufs Dach. Gleich daneben dran habe ich auch noch die Post gebaut. Mit dem Aufstieg und dem Post-Logo. Ist ja jemand anders gebaut. So kann man hier auch reingehen. Zum Beispiel sich hier einen Brief rausnehmen und da irgendwas reinschreiben. Ähm, da kann man die Briefe hier abgeben. Und die Postfrau, die hier drin arbeitet, kann hier drauf gehen und sich einfach das Buch nehmen. Und, ähm, in das, ähm, jetzt leider noch nicht fertige, ähm, Archiv dann hineinlegen. Und als letztes haben wir nebenan gleich noch den Parkeborg. Mit Eingang in der Mitte. Auf der linken Seite sind die ganzen Bäume. Ähm, und auf der rechten Seite sind die ganzen Blumen mit zwei Häuschen und einem kleinen Teich. Ähm, ich habe hier ein Geist ausgebaut. Aber bevor ich zu dem komme, zeige ich erstmal die Wohnhäuser hier, weil die schneller gehen. Ähm, also einmal habe ich hier ein Geist gebaut. Einfach durch die Situation. Der hat jetzt keinen mehr so einen Zweck. Dann hier ein Haus mit offener Küche, offenen Wohnzimmer, klein oder klein, kein Badezimmer, Dusche und Klo und allem drum und dran. Dann hier einfach eine Sitzmöglichkeit, Schlafzimmer mit großem Fernseher und Gästezimmer mit kleineren Fernseher. Das nächste Haus ist auch. Ein neues Wohnhaus und nichts Besonderes. Irgendeine Doppeltür. Mal wieder großer Fernseher. Offene Küche, Bücherregal, Sitzmöglichkeit. Und hier ein eintöniges Schlafzimmer mit Büchern drin. Ähm, und dann habe ich hier noch das Geisterhaus gebaut. Oh, shit. An! Das auch, also ihr werdet auch gleich sehen, weil das Geisterhaus hat eine kleine Geschichte. Hier habe ich überall, das ist halt eine alte Villa, da habe ich überall Schilder verteilt, auf denen es durchstehen. Ich spiele hier ein Dippelzimmer, ähm, hier ein Kamin, hier ein alter Esstisch, wo auch hier schon der Balken drauf gekracht ist und den Küche zersplittert hat. Ja, das ist halt das Geisterhaus. Also hier habe ich zwei Häuser gebaut. Dieses rote aus Backstein. Und dieses hier. Ich nehme zuerst mal dieses Schlafzimmerhaus. Erstmal ein etwas kleineres Haus, hier eine kleine Küche. Hier das Schlafzimmer, wo jeder seinen Kamin reinmachen kann. Schön platt zu kümmern. Wenn man sich hindenken, sieht man die Sonne und dann eine Fabrik. Und dann habe ich noch dieses hier gemacht. Hier ist eine etwas größere Kochtecke. Hier sind zwei Kuchen. Da auch. Hier ist ein Küchschrank. Wenn man hier runter geht, sieht man das Schlafzimmer. Hier ist ein Vertraubungsstandard jetzt mal, wo man halt Sachen vertraubern kann. So, also hier habe ich halt jetzt mal rausgebaut, was jetzt kaputt hier an ist. Warum auch immer. Und dann habe ich halt hier jetzt noch so eine kleine U-Bahn-Verbindung gebaut. Die halt jetzt, äh, ja, da kann ich ja mal mitbekommen. Da haben wir euch jetzt das Freibad-Nacht gebaut. Wie ihr jetzt noch versteht, du bist ein Kleiner, du bist ein Freibad und so weiter. Und jetzt hier auch mit 1er Sprungturm, mit 5er und 3er. Und hier jetzt noch kurz zu schwimmen, wo man halt auch schon sieht. Und, ja, dann haben wir euch hier noch einen Kleinen gebaut. Und dann halt auch sieht. Und hier hat noch so einen schönen Wand gelegt. Und hier geht dann auch hoch zur Wandverbindung. Und dann hat den zwei Karten da gehört. Und dann, zwei Karten, zwei Palestinian zu essen. Und dann komm, ich steck gleich zurück. Ah, ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Das war's für heute. Ich möchte nicht rein Ich muss nicht auf die Tür Ich muss nicht auf die Tür Ich muss nicht auf die Tür Komm! Komm raus! Das ist schön hier Die fünf in Klampe sind nun ein kleiner und ein kleiner und ein kleinerer Interesse. Die fünf Wochen die Zwingen aus dem Klampe haben. Um lange die Klampe verteidigen, die Klampe verteidigen in Klampe lam. Die Klampe werden schon so weiter als Pferd gehen zu. Ja, also hier ist mein Haus. Hier ist der Garten mit Riesenpilzen und so. Ähm, hier waren eigentlich mal noch zwei Pferde drin, die wurden aber irgendwie getötet oder sowas. Ähm, hier ist halt ein Esel drin. Das Pferd hier hat an den Händen überlebt. Äh, hier ist ein Magenkrank und ja, von innen ist hier halt ein Leuchtfeuer mit dem Enddachrahmen drüber. Ähm, hier ist ein Lagerraum. Hier ist mein Schlafraum. Und hier ist mein Keller. Da ist hier so ne kleine Bahnsprecke. Sollte man rückwärts dazu, äh, zu fahren. Und hier ist ein Pool. Und ja, das war's. Und dann, und dann hab ich hier noch, äh, dann hab ich nebenan... Hier noch ein Jagdhaus gebaut. Ähm, und da sind hier drin die Jagdhäuser. Hier die Trophäen. Äh, die Jagdhunde. Hier die Trophäen. Ähm, hier ist halt so ne Übungsstelle. Wo man da drauf schießen kann. Hier unten ist Munition drin. Und hier oben... Und da oben sind Gewehre drin. Und wenn man da dann hier drauf schießt, leuchtet halt der Knopf. Äh, der Laufdown. Und ja, das war's. Sollte von der Laufdown. Sollte von der Laufdown. Und da oben offen. Und da oben auf der Laufdown. Und da oben da oben. Sollte bin ich von der Laufdown. Sollte der Lauf. Dann rein. Hier ist mein kleines Haus, ähm, von dem Winter. In der Mitte steht nicht viel, nur die Lampe und hier hinten ist halt eine Küche eingerichtet, mit einem Kühlschrank und hier ist mein kleiner Schrank, der auch funktioniert. Also hier kann man, äh, reingucken. Ähm, hier unten ist ein kleines Lager und ein Fernseher, wo man sich halt hinsetzen kann und ein Fernseher gucken kann. Hier unten ist, ähm, mein kleines Bad mit, ähm, einem Spiegel, ähm, Waschbecken und einer Toilette und einer kleinen Dusche. Und wenn man hier hoch geht, kann man sich halt, ähm, ja, unter dem Sonnenschirm, ähm, hinlegen und was trinken. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's.